Das Datenset, mit dem sich das Stadtarchiv Brunsbüttel an diesem Projekt beteiligen möchte, besteht aus einer Auflistung von 53 exemplarischen Ereignissen. Inspiriert durch Zeitungsrubriken wie das Kalenderblatt oder vor 25 Jahren oder dem sehr kreativen Google-Schriftzug zu besonderen Jubiläen ist hier vor Ort vor zehn Jahren eine kleine Datenbank entstanden mit für diese Region bedeutsamen Ereignissen. Es hat sich aber gezeigt, dass der Zugang zu einem lokalen Rechner viel zu begrenzt und überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Deshalb wünsche ich mir jetzt zum 20-jährigen Jubiläum des Stadtarchivs ein modernes Online-Format, an dem sich auch andere Institutionen und Archive mit ihren Daten beteiligen können für eine nachhaltige Erinnerungskultur. Lokal, regional, vielleicht sogar einmal national. Vielen Dank.